Mein Name ist Jan Lehmann und ich kandidiere in Marzahn-Hellersdorf im Wahlkreis Kautsdorf-Nord und Hellersdorf-Süd. Mein Wahlkreis ist der schönste in Marzahn-Hellersdorf, weil er Grün und Neubauorten und Siedlungsgebiete miteinander verbindet. Die Seilbahnstation am Kielberg am U-Bahnhof Kautsdorf. Ein vergünstigtes und gut bezahlbares ÖPNV-Ticket für ganz Berlin. Das kostenlose Kita und kostenloses Schulessen. Was ist die einzige richtige Partei, die alle Interessen, sowohl Grüne als auch Arbeitnehmerfragen als auch Sozialfragen gut am besten lösen kann? Das ist die einzige. Das ist die nächste. Untertitelung des ZDF, 2020